Und damit läuft sie, die Gruppenphase. Die erste Partie ist angepfiffen, wichtig, direkt. Da ist die Hereingabe. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Da ist die Flanke. Ganz frei, aber das war stark gemacht. Boah, der war wichtig, das wäre das Tor gewesen. Ja, mit viel Übersicht. Stark gemacht, das könnte was werden. Oh, gehalten. Unglaublich, was für eine Parade. Ecke kommt rein. Oh, Pech. Der Ball geht neben das Tor. Da fehlt nicht viel, ein super Kopfball, macht alles richtig. Und ich glaube, alle hatten hier schon. Oh, das könnte was werden. Da fällt das erste Tor an diesem Tag. Leonardo Bittencourt. Das könnte was werden jetzt. Vielleicht jetzt. Und da fällt der Ausgleich. Supervolleyer, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlt nur die... Kommt jetzt die Flanke rein. Der Ball rutscht ihm über den Spann und dann ist die Chance vorbei. Einen Moment nicht richtig aufgepasst. Und das... Ganz alleine. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. So, auf jeden Fall. Ein Urteilcast. wo sonst wo du was hin? Untertitelung des ZDF für funk, 2017